Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bei diesen schönen Temperaturen um die 30 Grad kann man bei Regen richtig schön draußen rumlaufen. Da hat man immer eine kleine Erfrischung. Wenn man jetzt nicht in Ruhe will, dann kann man auch mal hier rumstehen und dann hittischen lassen. Die Regen sind immer schön kalt und es schüttet, wenn es mal riecht hier in Thailand, wie aus Eimern. Und jetzt geht einfach mal ins Meer. Das Wetter ist genau richtig dafür, weil die Sonne scheint und dann kriegt man nicht allzu schnell einen Sonnenbrand. Ich glaube, ich bin ein sehr schöneres Sommerhorn. Das war's! Tschüss!